Na alle zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The War With In unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es einmal um ein Achievement, das wir finden können unter Erkunden und dann unter War With In und hier haben wir den Erfolg Schätze von Ashka Head. Und dafür müssen wir insgesamt 10 Schätze finden und da bin ich gleich schon mal auf dem ersten Spot und zwar sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 65, 27 und natürlich in Ashka Head und wir wollen einmal hoch zur ersten Kiste und zwar das ist die seidenumsponnene Vorräte und da müssen wir erstmal durch so eine kleine Höhle durch. So seht ihr, jetzt sind wir hier in dem Eingang und dann haben wir da den Höhlen-Eingang, dann einmal hoch und da oben ist so ein, ja ich würde sagen Pavillon ist das und da müsste das Ding dann einmal dran liegen. Und zwar haben wir hier das Ding, so ein Gefäß, klicken wir an und dann gibt es ein bisschen Ruf und ein paar Stoffsachen raus. Als nächstes haben wir dann das Paket der Vermissten Späher und dieses Paket befindet sich hier an der, ja an dem Weg dran auf den Koordinaten 38, 37 und dort können wir das quasi dann einfach weglooten. Und da müssten dann ein paar graue Items drin sein, ja genau, also nichts weltbewegendes. Als nächstes haben wir einen Schatz, der relativ weit oben in so ein Netz hängt, seht ihr das? Da haben wir so ein Netz, da fliegen wir jetzt einmal hoch und dort haben wir das Nest-Ei und da kriegen wir quasi ein Pet raus, Knochentrinker heißt das. Das können wir jetzt einmal lernen und dann zeige ich euch auch noch die Koordinaten bzw. den Spot an sich. Wir sind hier in der Nähe von unserem Hauptlager auf den Koordinaten 49, 43 und, ja, da nochmal ein bisschen, genau, genau hier und jetzt fliege ich nochmal einmal raus, dass ihr seht, wo wir reingeflogen sind. Also hier unten ist dieser Hauptweg und hier oben neben der Säule ist einmal das Netz oben drin. Der nächste Schatz ist nicht weit von dem vorherigen Spot. Wir sind jetzt hier ein bisschen weiter den Weg runtergeflogen und hier gibt es den Niffen-Schatz und den haben wir einmal unter der Brücke und zwar hängt da so ein Säckchen dran, seht ihr das? Da müssen wir wahrscheinlich hier ein bisschen zum Looten ranlaufen, genau und dann können wir auch den mitnehmen und da gibt es halt auch nochmal einen Haufen grauen Mist draus. Als nächstes sind wir dann beim Netz-Kokon und den können wir hier gleich einmal öffnen bzw. man muss anscheinend den Kokon langsam aufhauen, seht ihr das? Wenn wir das gemacht haben, dann gibt es wieder einen Haufen graues Zeug raus. Ja, und wo befindet er sich? Der ist hier ganz in der Ecke drin, bei den Koordinaten 33, 60 und ich muss gestehen, ich habe am Anfang den Netz so gut gesehen, denn der ist hier oben in so einer Spalte. Ich fliege mal einen Ticken raus, dass ihr es sehen könnt. Also ich dachte erst, ich muss hier in die Höhle rein, aber nein, hier über der Höhle links drüber ist so eine Spalte und da müssen wir quasi so hinten reinfliegen. Da ist dann der Netz-Kokon eben drin gewesen. So, der nächste Schatz ist auch wieder ein bisschen versteckter. Der befindet sich hier auf den Koordinaten 42, 72, quasi in der Stadt der Fäden, aber nicht hier auf der Plattform oben drauf, sondern der ist in einer kleinen Höhle unten drunter. Und da fliegen wir jetzt mal hin. Also da oben haben wir die Plattform, ne? Und unterhalb der Plattform, hier hinter den Spinnenweben, können wir rein und da haben wir eine rubische Opfergabe und, ja, kriegen wieder einen Haufen grauen Mist raus. Als nächstes sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 67, 90 und dort haben wir einen Haufen mit aufgewühlter Erde und den können wir hier einmal anklicken. Anscheinend ein bisschen scharren, so wie es aussieht. Ah, Server laggt wieder einen Ticken. Ich hoffe, bei euch geht es ein bisschen schneller. Ah, ja, okay. Jetzt hat es das gemacht. Okay, dann looten wir den raus und damit haben wir jetzt nur noch drei Stück. So, dann kommen wir zum nächsten Schatz und zwar ist der hier auf den Koordinaten 62, 88 und wir müssen jetzt erstmal einen Debuff holen und den gibt es auf verschiedenen Spots. Wir nehmen jetzt einfach einen, der hier am nächsten dran ist und zwar, okay, das ist schon... Ah, da können wir auf Sachen draufklicken. Also Schwarzblut Extraktor. Wenn wir den anklicken, dann kriegen wir hier einen Debuff. Warte mal, klicken wir noch einen an. Also das deckt uns den Debuff hoch und mit diesem Debuff gehen wir jetzt einmal zu dem Schatz hin und vor dem Schatz haben wir dann eine verderbte Erinnerung. Das sieht ziemlich nach Wedeln aus, muss ich sagen. Und den klopfen wir jetzt um und der müsste dann den Schlüssel für den Schatz droppen. Okay, der verwandelt sich jetzt auch hier in so einen Blub. Also da haben wir den Schlüssel und dann können wir den Schatz einmal öffnen und es gibt ein Pad raus. Wunderbar, das können wir dann auch gleich lernen und dann weiter tigern. Dann kommen wir zum vorletzten und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 67, 70 und da sind wir relativ weit oben. Also das ist so von der Decke hängendes Konstrukt und da müssen wir jetzt quasi reinlaufen und müssen aber schauen, dass wir hier nicht über diese Spinnenweben drüber laufen. Also jetzt muss ich mal gucken, kann man über den Tisch hier hüpfen? Ja, das geht. Hier hinten rum und dann können wir quasi das Teil aufmachen und dort haben wir nochmal ein Pad drin und jetzt haben wir nur noch einen letzten Schatz, dann sind wir schon tatsächlich durch. Wenn wir übrigens auf die Spinnenweben drauflaufen, werden wir eingesponnen, wie ihr seht und wieder rausgeschmissen aus dem Laden. So, dann sind wir am letzten Spot angelangt beziehungsweise beim ersten Schritt vom letzten Spot und zwar haben wir einen Schatz, der ist hier oben bei den Koordinaten 78, 32. Wir müssen aber vorher erst mal drei Sachen aufsammeln und zwar das sind jetzt so Webkordeln, würde ich jetzt mal sagen. Eine ist bei den Koordinaten 74, 43, eine ist hier bei 72, 39 und eine ist bei 74, 37, so rum. Ich habe beim Leveln und Questen schon zwei mitgenommen, also die kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, die habe ich schon im Inventar liegen, habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das ist und eine liegt jetzt hier quasi dran, also das ist quasi der Violettetisch. Schauen wir mal, ob wir die weggelootet kriegen. Ja, okay, der Server lag nur ein bisschen, okay, da haben wir sie und die anderen sehen quasi genauso aus, es gibt quasi eine Violette, eine Gelbe und eine Rote und die Rote wird halt beim Roten Tisch dran liegen und die Gelbe liegt halt wahrscheinlich hier irgendwo bei dem gelben Ding rum, also hier muss sie irgendwo dran liegen, genau. Und wenn ihr alle drei habt, dann müssen wir einmal nach oben fliegen und zwar hier haben wir dann eine Kiste, die können wir dann anklicken und dann quasi hier auch ein Toll rauslooten. Und ja, damit sind wir dann tatsächlich Tutti komplett fertig, haben damit auch den letzten Schatz und auch einmal das Achievement eingetötet, Schatz von Ashka Head. Jutsi, dann sind wir durch, ich hatte mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.